so einen schönen guten morgen liebe traderinnen und trader es ist montag ich hoffe sie hatten ein tolles wochenende und ich heiße sie herzlich willkommen zu den heutigen handelsideen vom montag für diese woche mein name ist mike seidel und ich führe sie wie immer hier durch ein paar meiner handelsideen die mir bei der betrachtung der charts in der handelsvorbereitung aufgefallen sind von mir noch der kleine hinweis wenn sie hier direkt zuschauen auf facebook live dann haben sie die möglichkeit auch fragen zu stellen das heißt scheuen sie sich nicht geben sie ruhig im chat direkt die fragen ein und dann kann ich den ein oder anderen wunschchart an dieser stelle natürlich auch gleich mit besprechen beziehungsweise ihre fragen auch direkt mit beantworten diejenigen von ihnen die die blog einträge lesen regelmäßig sie sehen ja ich poste die auf facebook immer kurz nach erscheinen diejenigen von ihnen die auf die website schauen gucken sie ruhig drauf hier ist ticmel die webseite von ticmel wenn sie drauf gehen dann haben sie hier alle informationen zu ticmel zu den handelsinstrumenten die kontoarten die es gibt die trading plattform also da finden sie alles was sie ja von ticmel zum traden wissen sollten und dort gibt es dann auch den blog und im blog wenn sie drauf klicken kommen sie dann auf die seite mit den handelsideen hier für jeden tag die ich für sie erstelle da können sie direkt auch morgens so ab 8 uhr in etwa lesen ludger schaut auch gleich wieder live zu einen schönen guten morgen hier von mir auch an dieser stelle an sie ja und wer das ganze sich anschaut und auch die videos im nachgang schauen möchte es gibt von ticmel einen youtube kanal da können sie direkt auch das ganze abonnieren keine videos zu verpassen und wenn sie auf ticmel gehen dann schauen sie ruhig auf die playlist drauf und bei den playlist gibt es zum einen die täglichen handelsideen mit mir tägliche handelsideen mit mike seidel und dann mache ich ja einmal in der woche auch so ein webinar wo etwas mehr edukativer anteil drin ist und diese videos habe ich für sie dann immer hier ja zusammengestellt das heißt bei ticmel auf der youtube seite finden sie auch entsprechend die ausbildungsvideos auf der playlist zum anschauen also wenn sie hier rein klicken hier finden sie sozusagen alle edukativen teile der webinare und 1 weiter vorne befinden sie die täglichen handelsideen also alles was sie brauchen finden sie zum video anschauen direkt auf dem youtube kanal von ticmel und damit möchte ich hier an dieser stelle direkt in die risiko hinweise ganz kurz gehen und zwar das wissen sie der handel mit devisen und cfds auf margin kann zu verlusten führen sie riskieren ihr investiertes kapital zu verlieren das an dieser stelle und damit direkt in die tagesnachrichten ist heute das habe ich am freitag ja auch schon avisiert gibt es nicht ganz so viele nachrichten ich glaube die wichtigste nachricht für den heutigen tag sie sehen sie auch in rot markiert hier mit dieser drei ist die rede von ezb-präsidenten tragi der wird heute um 19.30 Uhr zu uns und einem gremium natürlich sprechen da schaut der markt immer drauf und dann gibt es heute am nachmittag beginnend auch noch einige reden von fomc-mitgliedern in den usa also hier der blick auf die tagesnachrichten schaue gleich mal nach in den chat ob es fragen dazu gibt nein das gibt nicht elena einen schönen guten morgen schön auch dass du wieder live hier dabei bist und damit gehe ich gleich direkt in die charts für sie hinein ich habe heute vorbereitet wie sie das im blog auch sehen können einen blick auf den dow jones wir schauen ins wti und auf das währungspaar britischer fund japanischer yen und den habe ich für sie auch gleich hier im chart offen auf dem tageschart eine interessante konstellation aus welchem grund sie sehen hier ich habe das eingezeichnet wir haben hier schön einen bestehenden aufwärtstrend und es gab während des trends auch immer hier in den hochs die die situation dass der markt uns hier die umkehr der nachfrage auch angezeigt hat das hat hier oben das erste mal angefangen als wir nach dieser starken abwärtsbewegung eine korrektur hatten hier gab es das erste umkehrsignal das hat dann direkt auch zur trendbildung geführt mit einer schönen langen weiten bewegung hier das zweite mal die korrektur gewesen und dann gab es wieder genau dieses umkehrsignal und der markt ist schön nach unten gelaufen in einem stück das ist jetzt hier ein klein wenig anders gelaufen wir hatten hier das erste umkehrsignal am 7 6 das ist auch getriggert worden hat alles wunderbar funktioniert aber der markt ist jetzt hier nicht in einem stück durchgelaufen sondern ist wieder auch ein bisschen zurückgekommen jetzt und das ist das was interessantes an dieser situation jetzt stehen wir sozusagen kurz davor hier einen abwärtstrend zu machen das heißt wenn der markt hier unten drunter durchlifft das heißt unter dieses tief von der kerze vom achten sechsten dann sehen wir hier einen untergeordneten abwärtstrend das heißt wir haben innerhalb eines eines einer zeiteinheit zwei trends die ineinander fließen das kann sehr sehr nachhaltig für den handel auch sein heißt vom prinzip wenn hier hier unten unter diese 146 101 drunter laufen haben wir hier den abwärtstrend und damit ist die situation gegeben dass wir hier schön auch untergeordnet einen trend und für den trendhandel nutzbare situation haben nächste anlaufpunkte auf der unterseite sind dann hier unten diese tagestief an dieser stelle hier schauen sie die 145 824 dann ein stück weit unten warten auch noch zwei tagestiefs auf uns einmal bei 144 472 und einmal unten bei 144 091 bevor dann hier im weg nach unten zu neuen tiefpunkten das aktuelle trend tief des übergeordneten trends den ich hier für sie schwarz markiert habe erreicht wird und das liegt bei 143 127 also sie sehen hier an dieser stelle haben wir die möglichkeit fein nach unten zu laufen und wenn der markt uns hier signalisiert wir fallen sogar untergeordnet mit einem trend nach unten dann sind auch eine Menge marktheilnehmer hier an dieser stelle mit dabei um nach unten zu laufen aber und jetzt das aber es gibt ja immer zwei situationen was an diesen stellen passieren kann es könnte unter umständen natürlich auch vorkommen dass der markt jetzt hier nicht nach unten läuft sondern hier sich fängt und wieder nach oben läuft das heißt an dieser stelle da mache ich das mal ganz kurz grün damit wir das besser voneinander unterscheiden können da gibt es natürlich jetzt auch noch die möglichkeit sollten wir hier keine tiefs bekommen dass der markt hier sich wieder fängt nach oben dreht laufen wird dann natürlich hier oben drüber über diese linie hier oben bei dem kurs von moment bei dem kurs von 148 1 2 3 in etwa dann hat sich untergeordnet ein aufwärtstrend gebildet das heißt diese korrektur dieses trends würde noch ein stückchen weiter nach oben laufen oder es bleibt dann ein aufwärtstrend das wird sich dann zeigen das heißt an dieser stelle bleibt es ein bisschen abzuwarten was der markt macht ob er wirklich hier drunter fällt dann haben wir schön den abwärtstrend mit anlaufpunkten nach oben läuft der markt allerdings hier oben drüber für die kurzfristigen händler wird das interessant sein wir haben hier einige tageshochs recht nah aneinander liegen hier oben das kann dann zur dynamik sorgen dann wäre in der weg geben dass wir erstmal kurzfristig einen aufwärtstrend bekommen der dann natürlich auch als einzelhaltender trend zur verfügung steht das primäre signal bzw die primäre situation ist allerdings momentan übergeordnet übergeordnet abwärts untergeordnet stehen wir kurz vorm abwärtstrend das ist dann das zeichen hier an dieser stelle ich schaue gerade auch noch mal in den chat guten morgen werden wieder einige live zuschauer hier wieder auch dazu bekommen rafik remu ich freue mich einen schönen guten morgen auch hier von mir an dieser stelle und damit zum nächsten chart und zwar schauen wir mal auf das öl das öl sinkt momentan das hat am freitag einen wahren sturzflug erlebt na das wird uns an der tankstelle wird uns das ein bisschen freuen dass die benzinpreise möglicherweise doch wieder etwas sinken könnten aber das ist uns tradern ja hier an dieser stelle nicht ganz so wichtig viel wichtiger ist es was dieser chart hier macht und wir haben hier eine korrektur gehabt die stüge sag ich mal in einem einen schönen steilen trendkanal nach oben gelaufen ist und der markt sie sehen es hat am freitag einfach brutal nach unten abverkauft hat hier die ganzen tagestiefs nach unten rausgenommen und ist hier kurz vorm ende dieses dieses tiefs der letzten trendbewegung dieser blau eingezeichneten trendbewegung zum stehen gekommen und hier sehen es was hier heute morgen schon passiert ist der markt hat hier weiter nach unten abverkauft das ist jetzt ein sehr sehr wichtiger bereich an dieser stelle weil hier wenn die händler jetzt auch wieder reinkommen das geld entsprechend am markt ist was das ganze hier bewegt ist jetzt hier die entscheidung zu treffen prallt der markt von diesem level ab und läuft wieder nach oben oder aber fallen wir nach unten in dem moment in dem wir weiter nach unten fallen ich mache das mal etwas kleiner hier für sie dass wir etwas mehr dann auch an historie sehen können während dann die nächsten anlaufpunkte an der unterseite hier einmal das tagestief was wir hier unten haben vom 10.4 das liegt um die kurse von 63 17 beziehungsweise dann der nächste weitere noch tiefere anlaufpunkt wäre dann hier das trend tief des aufwärtstrends bei 61 78 in diesem bereich das ist also der mittelfristige bereich sollte es hier weiter nach unten gehen auf der anderen seite gibt es hier an natürlich immer noch die möglichkeit dass der markt hier mit einem rebound reagiert das heißt dass wir uns hier in diesem bereich diese kurse wieder fangen der markt nach oben läuft wenn das passieren sollte dann sehen wir natürlich hier durch diese lange lange kerze natürlich untergeordnet jetzt an dieser stelle hier in diesem chart keine anlaufpunkte ja und das ist immer ein bisschen schwierig deswegen gucke ich da ganz gerne in die untergeordneten zeiteinheiten und hier ist es sogar so dass wir in der stunde nichts sehen nichts großartiges sehen weil der markt hat hier auch mit massiven stundenkerzen nach unten gelaufen ist den einzigen anhaltspunkt den wir jetzt im stunden trend hier hatten war hier diese marke weil er hier mal ein stückchen gewartet hat bei 65 10 alles andere sind dann höhere punkte hier an dieser stelle bei 65 95 und dann hier oben noch mal dieses level bei 66 33 wer hier etwas mehr sehen möchte der schaut ganz gerne auch einfach mal in die noch kleineren zeiteinheiten und da sieht man hier entsprechend auch leichte anhaltspunkte aber sie sehen es gab einfach so einen wahnsinns rutsch hier dass es da trendig nicht wirklich viel gibt aber wir haben halt anlaufpunkte die der markt aus erfahrungen heraus auch immer mal angeht wir werden sehen was hier gemacht wird auf alle fälle jetzt in der start in dem morgen nach diesem großen rutsch nach dieser kerze hier heute nacht von vier bis fünf läuft er erst mal wieder ein stück weit hoch wenn wirklich der rebound einsetzt dann werden wir hier vielleicht sogar einen untergeordneten aufwärts trend sehen und wie schon gesagt punkte zum anlaufen wären dann hier die marken die wir im stundenchart auch sehen können also hier im öl alle alles entschuldigung alles rot momentan also der abwärtstrend steht hier voll in seiner dynamischen bewegung und damit gehen wir rüber zum dow jones den haben wir hier auch wieder im tagesschart wir haben ja am freitag in dem ausführlichen in der ausführlichen index besprechung auch noch über den dow jones gesprochen wo ich auch gesagt habe das übergeordnete bild ist hier wirklich sehr sehr schön long wir befinden uns momentan gerade in der korrektur und am freitag war ja dann auch noch der verfallstag der große der zweite große verfallstag in diesem jahr da spielen die preise an den indizes auch immer mal so ein bisschen verrückt deswegen sieht man da auch häufig lange kerzen mit gewissen ausschlägen so sehen wir das hier auch im dow jones schauen sie wir sind hier unten reingelaufen im tief der kerze am freitag bei knapp 24.900 punkten hat der markt hier aufgehört zu fallen und ist dann wieder direkt nach oben gedreht also das gab da gab es sozusagen ein sogenanntes intraday reversal und hier ist jetzt halt die frage was macht der markt weiter wenn der markt so wie es jetzt momentan auch der fall ist weiter mit roten kursen reagiert dann haben wir unten innerhalb des trendverlaufs natürlich noch weitere unterstützungen liegen die nächste unterstützung wäre natürlich erst mal das tief vom freitag bei knapp 24.900 punkten und dann sehen sie hier haben wir noch ein paar tiefs der tages kerzen im vortagesbereich liegen bei 24.811 haben wir eins und dann haben wir bei 24.718 das sind anlaufpunkte die der markt intraday auch gerne mal nimmt wenn es hier zu weiterer kursschwäche kommt und sie sehen auch der markt könnte ja sogar noch ohne diesen aufwärtstrend zu zerstören noch bis hier runter laufen bis knapp 24.300 punkte da ist noch einiges an luft da das heißt wir müssen hier wirklich schauen was die markthernehmer hier machen wie sich das ganze verhält auf der anderen seite sollte die korrektur hier nicht weiterlaufen und der markt sich wieder fangen und nach oben laufen dann haben wir hier natürlich schöne punkte das heißt wir haben hier zum einen das vortageshoch also das freitagshoch bei 25.200 punkten und hier oben stehen dann auch einige tageshoch sehr eng aneinander das heißt dynamik nach oben könnte dann auch schnell dazu führen dass wir die preise hier in den oberen regionen wieder anlaufen dann über dieses momentane trend hoch bei 25.411 laufen und sie sehen dann haben wir hier auf der oberscheidseite schon die nächsten anlaufpunkte die wir hier mit aufwärtsdynamik bekommen können wenn wir uns das ganze mal für den kurzfristigen handel hier im stundenchart auch anschauen dann sehen wir logischerweise dieser starke rutsch hat einen abwärtstrend hier in der stunde kreiert jetzt haben wir allerdings schön eine starke aufwärtsbewegung auch gesehen das war halt jetzt am freitag die der 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 intraday rebound sozusagen den wir hier gehabt haben jetzt hat es über die nacht korrigiert wir müssen sehen was passiert ob der markt weiter hoch läuft wenn wir den rebound bekommen komplett auch auf tagesbasis dann sehen wir in der stunde natürlich einen trend der nach oben läuft das heißt das wäre dann hier wäre das in diesem moment die erste aufwärtsbewegung die wir hier in diesem in diesem chart sehen die wird dann gefolgt jetzt von der korrektur und wenn diese korrektur zu ende geht und der markt mit steigenden kursen reagiert dann haben wir halt hier sehr wahrscheinlich die situation dass der markt einen aufwärtstrend bildet der die abwärtsbewegung wegnimmt und das ganze ist halt schon interessant interessant auch aus dem grund wenn man sich mal sag ich mal den kleineren trendverlauf anschaut also dieses hier das ist halt für den für den kurzfristigen handel auch immer mal interessant was die kleineren trends machen dann haben wir sozusagen hier diesen markt nach unten laufend gehabt das heißt hier so ein bisschen das gezappelt der markt lief jetzt bis hier runter dann lief er wieder ein stückchen weit hoch das ist ja in den kleineren zeiteinheiten immer sehr sehr interessant was hier entsprechend passiert und wenn man sich das bild mal von dieser warte her anschaut dann sehen wir halt ist jetzt dieser kleine aufwärtstrend hier gebrochen mit einer massiv starken bewegung jetzt sind wir hier schon wieder ein stück weit runter gelaufen und wenn wir jetzt wirklich hochlaufen diese starke bewegung wieder aufnehmen dann wäre das das szenario dass der markt wieder rumdreht und auf steigende kurse an dieser stelle auch reagiert und an dieser stelle mit diesem ausblick für den dow jones bin ich auch heute mit der besprechung meiner handelsideen fertig ich hoffe es hat ihnen gefallen und sie konnten die ein oder andere idee aus den handelsideen mit herausnehmen für ihren eigenen handel das ganze umzusetzen wie schon gesagt wenn sie fragen haben im chat sehe ich jetzt keine fragen stellen sie diese fragen ruhig direkt hier oder kommen sie im anschluss per mail auf uns zu sie haben ja auch immer die möglichkeit auf der website von ticme hier im blog direkt an mich persönlich heranzutreten das heißt sie können wenn sie sich das ganze anschauen gerne hier ask this expert expert anklicken und dann können sie hier direkt auch eine frage an mich stellen beziehungsweise einen wunsch auch zukommen lassen dass ich das ein oder andere einmal hier für sie bespreche an dieser stelle wünsche ich allen zuschauern einen schönen montag einen tollen start in die woche morgen gegen 8 uhr gibt es wieder den blog eintrag und um 9 uhr wieder die besprechung der handelsideen bis dahin wünsche ich ihnen eine gute zeit einen tollen tag bis morgen machen sie es gut ihr mike seidel